Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Digitalkamera 5K von iXNAIQY, die auf Amazon erhältlich ist. Diese Kamera bietet eine beeindruckende Auflösung von 5K und 48 Megapixel, was bedeutet, dass ihre Fotos und Videos unglaublich detailliert und lebendig sein werden. Mit einem 16-fachen Digital Zoom und einer 32 GSD-Karte im Lieferumfang ist diese Kamera perfekt für Anfänger, Kinder und Vlogger geeignet. Eines der herausragenden Merkmale dieser Kamera ist die Sechsachsenstabilisierung, die dafür sorgt, dass ihre Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder langen Belichtungszeiten stabil und klar bleiben. Der Autofokus erfasst das Ziel schnell und präzise, egal ob Sie Sportszenen oder Porträts aufnehmen. Die Kamera verfügt auch über eine WLAN-Funktion, mit der Sie Ihre Fotos problemlos auf Smart-Geräte übertragen und in sozialen Medien teilen können. Ein weiteres Highlight ist der mitgelieferte UV-Filter, der schädliche UV-Strahlen blockiert und den Kontrast und die Sättigung des Bildes verbessert. Die Kamera bietet auch drei Blitzmodi, um den Aufnahmeanforderungen verschiedener Szenen gerecht zu werden. Nun, wie schneidet diese Kamera im Vergleich zu ähnlichen Produkten ab? Im Vergleich zu herkömmlichen 1080p und 4K-Kameras bietet die 5K-Auflösung eine deutlich bessere Bildqualität. Die 48 Megapixel sorgen für noch mehr Details und lebendigere Farben. Die WLAN-Funktion und die Sechsachsenstabilisierung sind ebenfalls Funktionen, die man bei vielen anderen Kameras in dieser Preisklasse nicht findet. Lassen Sie uns nun einige Testimonials von zufriedenen Nutzern durchgehen. Ein Amazon-Kunde schreibt, ich bin begeistert von diesem ersten Kauf der Kamera, mit der ich schöne Fotos anderswo als mit meinem Smartphone machen kann. Sie ist leicht anpassbar und intuitiv. Ein anderer Nutzer, Andi, sagt, mein kleiner Bruder hatte Firmung und hat sich schon lange eine eigene Digitalkamera gewünscht. Die Kamera liegt sehr gut in der Hand und die Bildqualität kann sich wirklich sehen lassen. 48 Megapixel und satte, scharfe Fotos. Natürlich gibt es auch einige kritische Stimmen. Ein Amazon-Kunde bemängelt, die Fotos sind total unscharf und die Bildqualität eine Katastrophe. Ein weiterer Nutzer, Ekaterina Sun, sagt, die Qualität der Bilder ist viel niedriger als beschrieben. Zoom-Bilder haben eine sehr schlechte Qualität. Trotz dieser negativen Bewertungen hat die Kamera eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei insgesamt 113 Bewertungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Digitalkamera 5K von iXNA-iQY eine hervorragende Wahl für alle ist, die eine hochwertige Kamera zu einem erschwinglichen Preis suchen. Die 5K-Auflösung, die 48 Megapixel, die 6-Achsen-Stabilisierung und die WLAN-Funktion machen Sie zu einer vielseitigen und leistungsstarken Kamera. Wenn Sie also auf der Suche nach einer neuen Kamera sind, klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um zur Amazon-Seite zu gelangen und diese Kamera zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!